Meine Streams fange ich ja meistens mit ein paar Runden Quickplay an und dabei verweise ich immer auf mein Quickplay Tutorial. Nun hat das ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, deshalb habe ich jetzt gerade nochmal reingeschaut, ob da eigentlich alles immer noch up to date ist. Ist es auch mit Ausnahme eines Satzes. Wenn ich drei Rifts geschlossen habe, sind das drei Trades, das kann einem auch erstmal reichen. Okay, waren zwei Sätze, mache ich aber trotzdem nicht mehr so. Stattdessen spiele ich mittlerweile ganz aggressiv darauf hin, vier Rifts und damit den Wellspring zu holen. Aber wie man das am besten hinkriegt, sollte ich vielleicht auch nochmal erklären. Auf jeder Map gibt es drei Compounds, in denen zwei Rifts zu holen sind. Hier ist das Fort Karmic, Nickels Prison und Lawson Station. Blank Brinery und Golden Acres wären jetzt zwar für mich näher, aber weil ich in Lawson Station vielleicht zwei Rifts bekommen kann, laufe ich direkt dahin. Sich durch einen Compound zu einem Rift kloppen zu müssen, dauert nämlich und macht Krach. Zwei auf einen Schlag zu bekommen, ist also schön. Und tatsächlich kriege ich hier auch beide, obwohl sich die Map von oben hin schließt. Für den dritten Rift muss ich also nach Sweetbell. Dabei vermeide ich PvP so gut es geht, weil mich das ja nur aufhält. Ich will doch die Rifts holen. Wenn mir dabei natürlich ein Gegner ins offene Messer bzw. in die zwei Pistolen läuft, ja gut, dann nehme ich den halt noch mit. Hoffentlich keine Shotgun, bitte. Für den vierten Rift muss ich jetzt bis zum unteren Kartenrand laufen. So schließt sich die Map aber für alle Spieler im Match gleich. Das heißt, wer im Süden gespawnt ist, hat im Zweifel viel kürzere Laufwege. Sagen wir mal erster Rift in Wolfsad, zweiter und dritter in Fort Karmic und der vierte dann in Bradley. Die Strecke läuft sich halt viel schneller als das, was ich gerade laufen musste. Ich versuche also immer mich so zu bewegen, dass ich möglichst viele Rifts in möglichst kurzer Zeit holen kann. In dem Fall hatte ich mit dem Nordspawn halt Pech, aber das Glück, dass alle anderen Spieler langsamer waren und so habe ich den vierten Rift tatsächlich noch gekriegt. Auch wenn es vielleicht eine knappe Kiste war, denn kurz danach schlägt hier auch ein anderer Spieler auf. Und nun müssen ja alle zu mir kommen und verteidigen ist in diesem Spiel, wie in den meisten, halt leichter als angreifen. Außerdem konnte ich den vierten Rift am Maprand öffnen, also müssen alle, die auch im Norden gespawnt sind, ewig weit laufen und mir geradewegs vor die Flinte. Ja, ist eine Büchse. Ist egal. Also, Wellspring haben und verteidigen ist immer leichter, als den Wellspring wem anders abjagen zu müssen. Aber für ein Video ist das zugegebenermaßen ein bisschen fad, also jetzt noch eine Runde, in der ich ein bisschen mehr für den Sieg arbeiten muss. Diesmal war ich nämlich nicht schnell genug und deshalb hat jemand anders den Wellspring aufgemacht. Zum Glück aber mitten in der Map und ganz in meiner Nähe, ich bin also ruckzuck da. Das Blöde ist halt, dass alle anderen auch ruckzuck da sind. Also entweder lungere ich jetzt noch außen rum und schieße alle ab, die angerannt kommen, oder ich pushe möglichst schnell rein. Ich entscheide mich für Letzteres und eröffne mit ihnen. Oh, weiß ich jetzt schon, dass sie gleich zurück zu mir kommen. Okay, schockt der da drin? Ah, Luft eingezogen, sitzt da mittel. Ah, komm. Aber Nahkampf kann ich auch. Also hoffentlich. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Oh ja. Da ist es passiert. Oh, kommt da schon mal etwas Neues. Der Messer klappt doch gut. Ah! Muss ja nicht sein. Guck mal, Tür auf, kriegst du das Messer ins Gesicht. Was hatte der in der Hand? Oh, da ist auch noch einer. Der Armat, der bewacht mich jetzt. Der ist mein Freund. Oh! Das ist ja schon du. Oh, der bewacht mich auch nicht. Der Deal war anders, du. Das nehm ich mir wohl auch. Oh, das nehm ich mir auch. Was hast du noch? Ja, ist doch schön. Woher hast du denn? Die andere Seite schmeißt du auch noch wer mit Sachen. Hä? Hab ich das falsch gehört? Ah, der hat vielleicht in die Choke reingeworfen. Gut. Zeit für Fallen. Erst Gift und dann Konstantina. Das killt die Leute. Also, wenn sie reinlaufen. Mach ich am liebsten hier hin? Direkt vor der Tür ist hier. Aber die kommen rein. Die biegen links ab. Und dann gucken sie nicht mehr. Also. Das wär jetzt mein Plan. Hinter mir schleicht noch eine Runde. Läuft ja gar nicht in die Pfeile reinlaufen. Trinkt sich Mut an. Draußen hüpft auch ein Runde. Oh. Okay, dann nicht. Ich eh nur, eh nur erschossen bei. Was ist mit dem da hinten? Rechts macht so viel Krach, das. Ich sorge mich nicht. Ich kann hier nicht draufschießen. Ja gut, da geht's hier in die Falle. Oh. Oh. Jawoll. Ja, also die Kombo. Ist gemein. Oh. Die Tür ist ja weg. Ja, die Dynamit kann ich da jetzt nicht draufschmeißen. Ja, das hält ja jetzt eine Weile. Na, der Furz im Glas. Oh, so Feuer. Ich weiß jetzt nicht warum, aber... Oh, da kommt auch nochmal einer. Und der Furz ist weg. Da hat sich doch am Fuß wehgetan. Und sie? Oh, hat sich auch wehgetan. Ja, und... Alter. Ich weiß, dass ich dann so sobald war, aber erschrecken kann sie mich trotzdem. Ja, äh... Das hat ja gut funktioniert. GG. Herrschaften. Ja, ich weiß. Zu kurz. Zu kurz. Äh. Das höre ich öfters. Und deshalb gibt's jetzt gleich noch ein Quickplay. Und es geht auch direkt mit einem Knalleffekt los. Der matcht da immer noch rum. Oh, wie hat er denn den Schuss noch rausgekriegt? Lag doch schon. Gut. Wollte erst mal heal. Fuck. Musst du hier irgendwas geben? Da. Oh, das ist alles. Das ist Termina-Spritze. Hm. Ah! Da. All right. Dann mal... Ab nach Moses. ich kann ja das rote fast noch vermieden kann ich ja gar nicht ich hab jetzt auch mal bei dem dual wield auch der schimosin natürlich liebe aber für die selbstverteidigung ist halt dual wield da drin dann schon besser ja kann da jetzt auch schon kampf um den letzten rift sein will ich jetzt auch ungern nochmal hier die enden aufscheuchen rennt der da noch rum da kommt ja auch noch einer ok sind wir jetzt sofort das kam aber glaube ich etwas verwirrend so mitten in die chaos bomb rein naja muss wieder gehen und er hatte sogar quartermaster der glückliche bastard na gut jetzt liegt er da so glücklich war es also nicht na gut jetzt den ganzen weg wieder zurück ich denke mir ich will hier noch schritte ja ich will hier auch noch schritte nein hin da drin war noch hier aber jetzt geht er auf abstand ich würde sagen lauf darüber dann kriege ich dich nämlich kommt denn noch wer ja klar na klar der überlebende von da eben ja 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 und 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 Huch, das hat er ja fast noch mal verschwitzt hier. Oh, das ist gut. Jetzt muss ich mich aber wirklich beeilen. Ja, der ist ja noch mal von wem anders beschossen worden. Der kommt da jetzt oben auch noch, Herrgott. Geht doch mal woanders hin, geht doch einfach woanders hin, Herrgott, ich bin doch gar nicht das Ziel. Ja, da ist die Mosin wieder. Da oben kann ja jetzt auch keiner mehr leben eigentlich, mit dem einen abgesehen, okay. Einer noch. Und der hat eine Shotgun. Inspektor. Dann nehme ich jetzt hier mal noch lauter Zeugs mit, was ihn vielleicht verwirrt. Vielleicht geht das ja. Jetzt habe ich eine, da habe ich die Decoy-Granaten. Blankfeier-Decoy-Decoy-Decoy-Decoy. Gegen den Spektor hat man... Ah, das ist schwierig. Man muss halt einmal vorbeischießen. Blankfeier-Decoy-Decoy-Decoy-Decoy-Decoy-Decoy-Decoy. Ich habe mal einen Flashbang, das ist natürlich nice. Entschuldigung, ich bin leer. Entschuldigung! Entschuldigung, ich bin leer. Oh, die Körse! Ja, die Körse! Oh, die Körse! Shit! Ah, es ist nur eine abgesägte. So, drehen wir doch noch die Mosi mit. Uiuiuiuiui. Und die 20 Dollar auch. Hier liegt da ordentlich was rum. Aber looten durfte ich nicht mehr. Macht aber nichts. Mittlerweile bin ich schon locker mit dem Event durch. Das läuft übrigens noch bis zum 18.04. Crytek hat da ein bisschen verlängert, weil die so Server-Probleme haben. Und neulich hatten sie es wieder. Wer weiß also, ob das das finale Enddatum des Events bleibt. Wenn die Server mitspielen, bin ich alsbald auch wieder live auf Twitch mit Hand. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Oder halt im nächsten Video. Denn ihr seid die Besten. Und ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.